ja willkommen zurück und jetzt geht's mit dem dem da trotz bremse wir machen jetzt ein paar nebeneinsatz genau ich mag hier denn schon mal war das büro von der batterien für seine kommunikationsausrüstung vielleicht finden sie welche im modier technologie büro gehen sie dorthin und suchen sie alles ab genau das machen wir jetzt auch und das ist dann ausbau für die siedlung steht ja auch hier dass der moment fürs theater das sieht ja doch die theatersiedlung ist das ja los soll das losgehen hier oben rauf schon zweimal rausgelaufen vielleicht liegt hier ja noch mehr und sie haben das noch nicht gesehen kommen sie mal hier runter haben sie ja alles wo denn ich mal ja gehen sie mal da unten lang gucken sie mal ob da noch irgendwo ein funksignal für sie liegt dass sie das nicht haben die andere knarre nehmen wir jetzt mal wieder weil die sniper ist ja blöd ja ich glaube auch irgendwie sieht das gleich aus da hinten sind die gegner mensch die schießen uns direkt in den in den es ja 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 auch nicht auf die tauben kommt der hans hart und nicht wieder hier auf die gaspulte er sagt dann die weißeren tauben sind müde so was hier ist nicht einmal so märkig guckt da haben sie das nicht gesehen ich glaube wir müssen weiter ja nicht so lange aufhalten hier sagt der richtige auch wenn sie dran vorbei mit offenen augen sehen sie mal dass sie auch nicht immer richtig hingucken soll man eine querstraße weiter laufen weil da hinten ist ein wir werden jetzt direkt durch den kontrollpunkt geschickt wir sind auch gegen den kontrollpunkt machen wir machen den kontrollpunkt und ja was denn geht's ja hier kommen wir machen den kontrollpunkt dann lernen sie den auch mal kennen der hyenas das sind die die mit dem die kriegen jetzt auf die fresse das ist gut also der kontrollpunkt läuft immer gleich ab ne erst machen wir die platt dann kommt ein schwerer gegner dann haben wir den kontrollpunkt einmal eingenommen dann und dann müssen wir den verteidigen da sind sind wir doch alle schon die vögel mir groß angst machen würden wenn wir f drücken können wir ein leuchtsignal ankommen nämlich die verbündeten in der nähe das mache ich auch mal auch rolli von feinden bewachter ort erkannt verstärkung unterwegs die 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 hier ist ja gar keiner sagen wir mal nicht so laut, da oben steht einer an der Reader da stand einer Schwer gepasseter Feind erkannt Ah, Auto! Weiß du, der hat ja, der hat ja, der hat ein Schild, ne? Wie gelber ist das? Der ist gleich dauernd Boah, das knallt ja aber heftig, hören sie mal Der hat doch keinen Bock mehr gehabt, wenn es geht, den ganz zu gehen Mein, wie was ist denn hier los, ey? Wie irgendwie ein Loch aufgelassen oder was, ey? Der Loch ist doch mal Ich weiß nicht, wie viele Leute laufen rum Ja, das sind Kontrollpost Die sterben alle, wie die fliegen, ey? Das ist eine Geschichte für meinen Snipe hier Ja, das stimmt So, weg ist er Jawoll Registrierer zusätzliche Feindkontakte Von hinten So, ich mach jetzt mal folgendes Ich sammle mal eben alles rein Jetzt geh ich mal an die Gun So Nimm die mal, ja? Guck mal, da rennen sie rum Abwichtig 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 Zivilisten Zivilisten in Not Schwer gepanzerter Feind erkannt Wo denn? Wir müssen von gerade, da kommen sie Alle weggemäht Jawoll Ja, super gemacht Ich hab's doch gesagt Zugang zum Nachschubraum Warten sie, ich mach mal eben einsammeln Dann können wir in den Nachschubraum Wenn sie das möchten Und die schönen Knarren holen Jetzt mal hier ein bisschen einsammeln Das war das einfachste so Also ich fand das jetzt nicht übermäßig schwer oder so Nö, war aber ganz schön heftig Ja, aber wenn sie dann oben an das geschützt gehen Dann haben sie es richtig einfach Kommen sie mal mit hier Ja, ich komm Zivilisten in Gefahr Machen sie ein paar Arschlöcher für mich plant, ja? Ja Natürlich Hier einmal kurz auffüllen Und dann öffne ich mal hier die Simsalabim-Tür, ne? Mal eben hier rein Ich muss das auch noch aufnehmen, wenn man da rumsteht hier Machen sie mal offen Haaa Haaa Weihnachten Alles plündern Wir sind nur am plündern, tan tan Es gibt's ja gar nicht Oh, die Knarre ist natürlich auch nicht schlicht So, ich muss mir erst mal angucken, was wir hier für Weihnachten Und Weihnachtsgeschenke gekriegt haben Ja Einmal gucken Knarren haben wir gekriegt M817 Ja genau M44 Kabine Oh, das ist aber eine Schrotflinte, ne? Die macht keinen Sinn, also mir bringt die jetzt nichts Und ein Scharfschützengewehr, eine M44 mit 2423 Schaden Oh, wo hast du die denn? Die hab ich jetzt gerade Die hab ich nicht Die hab ich nicht Soll ich die Soll ich die Ich hab nur die M870 gekriegt Schmeißen die mal ab, so oder liegt sie Dann kann ich die ja nehmen, weil ich hab ja schon eine mit 2000, ne? Wo haben sie die hingeschmissen? Ja Warten sie mal, jetzt guck ich mal Natürlich nicht schlecht, ne? Hm Ja, dann nehm ich die doch, ne? Ja, dann bauen sie die mal schön mit Mods aus Ich weiß noch nicht, welche Stufe die war Welche? Ja, Moment, ich schau mal eben kurz So, und dann nehm ich die jetzt, weil die ist ja stärker Okay Die Stufe 9, kann ich die schon nehmen? Ich kann die nehmen, glaub ich Ja, geil Moment Den Mod drauf sitzen Jo Jo Hahaha Kann ich nehmen Dann kann ich doch die andere auch nehmen, die sie mir gegeben haben, oder? Oh Kann ich ihnen was, kann ich ihnen was spenden? Warten sie mal Warten sie mal Hallo, ich will ihnen was spenden, dann gibt's auch immer ein bisschen Ah ne, ich kann die noch nie nehmen Wir sind gut versorgt Ich bin die Stufe 9 für sein Ah Ja, da müssen wir das jetzt mit dem Nebeneinsatz machen Moment, da muss ich die angeknarre wieder nehmen, da muss ich den Mod hier wieder runter sitzen Wir haben den Boss entdeckt, Meatwagon von Downthorne East Ja, schade, eigentlich, das wäre jetzt optimal gewesen Ähm, dann nehme ich die jetzt Macht halt den Mod wieder drauf Da ist Meatwagon in 14 Minuten, sollen wir den, nee, den machen wir jetzt nicht Nee, nee, wir machen das nicht Jo Naja, gut, okay, dann müssen wir eben halt So Möchten sie auch nochmal mit dem Officer hier reden? Ja, wo ist er denn? Spenden sie dem auch noch was, dann kriegen sie was Spenden? Das ist ihr Zauberwort Hier, er, hier Ihm? Den Officer reden Ja, genau Alles gut Ach, komm, ich geb dir mal Nahrung Habe ich ihm gegeben Okay So Was? Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zum Nebeneinsatz Das Theater benötigt neue Batterien für seine Kommunikationsausrüstung Und jetzt haben wir dadurch, dass wir den Außenposten befreit haben, auch wieder einen zusätzlichen Schnellreisepunkt gekriegt, ne? Naja, gut, aber ich möchte jetzt, ich möchte jetzt gerne da den Das Büro Das Büro machen jetzt Wo müssen wir da? Hier müssen wir da Hier da? Warum? Genau Natürlich werden diese Kontrollpunkte auch angegriffen von den gegnerischen Funksfraktionen, das kann auch mal sein, dass wir das wieder verlieren, ne? Naja, gut, okay Das ist natürlich Oh, was rennt, ey Es regnet Ja Ich hab kein Schirm Na gut, ich bin ja ein Mann, ich brauch kein Schirm Ich hab's geahnt, das ist toll Ich hab's geahnt, das ist toll Ach, hier ist auch Jetzt wird aber wieder richtig eklig, das Wetter Äh Komm mal los Versteh' Sie so schlecht Schade, dass wir kein Nachtsichtgerät haben Was? Hier müssen wir hin Ich hab' gesagt, schade, dass wir kein Nachtsichtgerät haben Was machen nacktsichtgerät? Was wollen Sie für nacktsichtgerät haben? Nicht nackt Scheint, als wäre der Eingang verbarrikadiert Sehen Sie sich um, Major, und vielleicht gibt's einen anderen Weg hinein Kommen Sie hier hoch mal Ja, da kommen wir schon mal nicht rein Nee Nicht nackt Einen anderer? Gigi Anderson, oder was? Kommen wir hier oben rauf? Weiß ich nicht Aua Meine Güte, was ist denn hier los? Wie kommen wir hier jetzt da rein? Kommen wir hier rauf? Warten Sie mal Hier steht jemand Kommen wir hier, hier sind Gegner Ja, die habt ihr ja schon gesehen Ich bin einfach nicht mal weggegeben So, um die abrotzen Ok, ich stell' nen Geschütze hin Was? Ach, was? Der verdammte Geschütze! Ja, den hole ich mir Knoten sich da gerade Knoten sich da gerade Ok, alles sauber Kommen Sie ran Kommen Sie ran Wir können hier hoch Ja Nein Aber, sehe, alles klar runter Oder, weiß ich nicht, ob wir da oben Nee, von hier oben kommen wir nicht Da hab ich gewusst Wir müssen da runter, da hinten ist der Leiter Ja Ja, hier ist aber noch mehr Haha Mach auf! Ey Mach das Tor auf! Eine Karabine in aktueller Version Ja, geil Eine Karabine in aktueller Version Ja, geil Besser Okay Aber mit mehr Schaden ist immer besser Mhm Habe ich recht? Ja, besser als ein Wasserschaden Mehr Schaden ist gut Was ist denn auch nordisches Meerwasser? Leute macht euch keine Sorgen Die ist immer so Da könnt ihr nix dran machen Das ist die ist einfach so Ja, die kann da nichts für Die ist dann Die ist einfach so Das ist Das ist Das ist Die Rocklegen Wo ist denn der Typ hier mit der Rotzbremse? Ganz normal Ich seh mal die Leiter hoch, ne? Krieg ich ihn mal in Popo? Willst du Spaß dran haben? Hm, es riecht so Was haben sie gegessen? Tzatziki Haben sie Frikadellen gegessen? Ah, Tzatziki Ja, das gibt's gleich bei mir auch noch War sehr, sehr lecker eigentlich Riecht ein bisschen streng, aber naja Ja, wenn man in Popo geraucht auf jeden Fall Ja, das hab ich mir gedacht Machen sie nicht, jo Soll ich Oh Hier ist die Herren Ausstattung Und die Gegner Ausstattung Oh scheiße War vielleicht ein bisschen zu mutig Da denke ich auch mal Da müssen wir ein bisschen Improvisieren Ja, ja, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn Komm nicht weg Ja Ja, Sperrfeuer, genau Ich lad mal in schnell, ne? Ja, laden wir mal Oh, da kommt noch einer So, der hat keinen Bock mehr Okay Wo sind noch welche? Nehmen wir mal ne Snipe, ja? Ja Ja Ho, ho Schmeiß mal ne Rolli Ich glaube, das ist jetzt gerade ganz gut Na toll, eingeschützt Ich liebe einen Das war's, Freunde Dann gucken wir uns das Büro mal an Den machen sie auch Sind sie da? Äh Was ist das denn jetzt hier? Das ist ein luftiges Büro Ach ja Ich geh mal nach oben Hier ist noch ein Spezialmoon Brandmoon Hier können wir rein Ich geh hier rein, ja Scheiße Okay, ich werfe ne Rolli Okay, ich snipe ihn mal ein bisschen Und die stellen geschützt Oh, ich werd geblendet Na, warum sagt der Fenner? Ich weiß nicht, weil er dich mag Oh, da oben ist ein liger Launebär Oh, da oben ist ein liger Launebär Ich glaube, ich muss mal einen Rolli schmeißen Ja, von einer hoch Aha Es kam einer hoch Es kommt noch einer hoch Ich glaube, ich nehm mal die Schaften Die Knarre, die ich jetzt habe, die Schaften Hilft nicht allzu viel Aber ich hab den weggemacht Ach, da oben, den meinst du? Ja, aber der ist Lassen Sie mich aus Lassen Sie mich aus Der Zivilist, das ist Vikram Malik Technischer Direktor von Odia Die Hyenas zwingen ihn wohl zur Arbeit Holen Sie ihn da raus Ja, das macht der Don Ich werd mal hier ihn looten Und nicht nur sie looten Ich loote auch Ich kann hier was machen, Mansa Mach keinen Scheiß Die macht Scheiße Die ist immer viel zu schnell Das ist das Problem Weil, Miri denkt immer, die spielt alleine Nein, das ist sogar nicht wahr Doch, das tust du, machst du aber gerade Ich hab den doch rausgeholt, oder nicht? Ja, aber wer... Ich hab nichts davon gesehen Aua, aua, aua Aua, wer hinter mir, Arschloch So Da kommt so ein lila Laune Bär gleich raus Ich seh hier noch keinen Ja, ich seh den hier Der hat die Rüstung gleich weg Der kommt hoch Ja, er ist down Okay, gut gemacht Wo ist noch einer? Da kommt noch einer Ja, ich seh den Roter Down Da kommt noch einer Da kommt hoch hier Da ist noch links einer Da ist noch einer Dauer ist roter Der ist auch down Der ist auch down Der ist auch down Kommt noch einer? Der lebt noch Der lebt noch Uah Ey! Ich hab... ne, hör nichts Scheiße, der war genau neben mir Ich war taub Kommt noch mehr Ja, wieder eine Laune Bär Lila nach Schmeiß aber mal eine Rolle hier Alter Was ist denn hier zu mir? Ich muss hier weg Ich muss hier weg Aua Hinter mir Aua Aua Der hat mich Der hat mich Warum? Ich weiß nicht, jeder hat mich getroffen Ich weiß nicht wer Der da unten Der Super ist malig Oder was? Der Gelbe hier Der Death Ich schmeiß doch mal ein Granilchen, Runa Ich weiß doch mal ein Granilchen, Runa Ich glaub die Folge wird ein bisschen länger heute Der ist down Okay Das ist der Anführer der Hyenas Was? Na, nicht Ich schmeiß mal eine Rolli da runter Aber so treffen wir den nicht Ja, ich glaub auch Okay, lassen wir aber noch laufen Auf jeden Fall Toll, das lässt ja noch Dann hat es immer Ja, Junge Da staust du, ne? Und noch mal eine Granate Und weg ist er Jawohl Eindrutsvolle Leistung Jetzt müssen wir den freilassen Wo ist der Typ denn? Wirst du das mal einsammeln? Und bevor wir den freilassen, Leute Dann seht ihr demnächst Nein, den lassen wir doch noch frei Ich muss hier unten auch einsammeln Dann schließen wir das hier mit ab, oder? Aber den lassen wir doch frei Dann schließen wir das hier mit ab, oder? Ja, warte mal Hier ist noch Muni Was wollen wir denn zuschauen? Ja, das ist sicher Dann lassen wir das Komm, dann holen wir den da raus Wo ist er denn? Na komm doch mit Da unten? Äh, da hinten Da zurück Irgendwo Ist der jetzt hier oben, oder? Ne, da unten, glaub ich Der ist hier Der ist hier Der ist hier bei mir Irgendwo Hier Ach, da oben Offen? Noch ein bisschen mal zum Plündern Hier ist er Ja, ja, gerne Ja, ja, das wissen wir Ja, warten Sie mal, ich komme Bin wieder an vorbeigelaufen Wenn Sie hier irgendwas brauchbares suchen Dann haben Sie Pech Na ja, Sie haben hier zwar keine Batterien gefunden, aber dafür einen Zivilisten gerettet Und das ist ein Sieg Und wer weiß, vielleicht wird uns Malik nochmal irgendwann nützlich sein Sie sind hier fertig Agent, ziehen Sie ab Ich habe das hier genommen Ich habe einen Schlüssel von der Hyenas gehabt hier Können Sie aufmachen und da ist was drin Ich habe eine Magnum gekriegt So einen Moment Ich schaue eben einmal nach Aber Das machen wir gleich Genau Okay, bis dann Leute, macht's gut Ciao Ciao Ciao